Wir öffnen mit euch Advent-Kalender Türchen Nummer 7 und wir spielen Fortnite. Ja Leute, tatsächlich werden wir mit einem Fake-Account eine Runde probieren und zwar nicht normal, sondern wir werden Solo gegen Team spielen. Aber wie gesagt, ich glaube das könnte ziemlich cool werden und spaßig werden. Also abonniert gerne kostenlos, lasst ihn dann wieder runter, denn wir haben noch ein paar Türchen bis zum 24. Und ich würde mir sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. So Leute, wir haben hier einen wunderbaren Fake-Account mit unseren 4 T-Mails mit Hekki-Tour 09, Trite-Tanker 4 und natürlich J79er. Auf jeden Fall eine coole Spawn-Insel, aber ich will natürlich ein paar... schön, 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 schön. Wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen Spaß haben. Und macht euch bitte nicht lustig über meine Skills. Eins und let's go Leute. Wir werden natürlich in die größte Stadt des Landes fliegen und das ist vermutlich... ja vermutlich das hier. Danke Hektro. Ich zeige ihm mal was anderes zu sagen. Ja Leute, let's go, wir gehen mal runter. Das ist der scheiß Staudamm, wenn ich geh da hin. Ich meine, was soll ich beim Staudamm? Da gibt's ja nicht mal ein Haus. Da hinten wär's cool gewesen, aber... boah, die Brücke. Ja, ich... zugegebenermaßen, ich spiel die Map nicht so oft. Ich bin da eher der OG-Fan, aber egal. Wir gehen jetzt mal hier runter und ich würde mal sagen, ja wir brauchen diese fucking Tipps nicht weg damit. Die Brücke ist verdammt geil da hinten. Halleluja. Was für eine schöne Map, aber natürlich kann sie irgendwie nicht mithalten mit dem, was ich so kenne. Ähm... fliegt da irgendjemand mit? Nope. Natürlich nicht. Man, das ist so ein riesen Dorf hier, Stadt, keine Ahnung. Wir suchen unseren Loot und dann suchen uns das Gegner. Ich will ja mindestens 10, 15 Krills haben. Also jetzt erstmal schnell die Blutsam suchen. Ich raub schnell hier. So, was die gleiche Waffe, die brauchen wir dann nicht ein zweites Mal. Wo ist denn die Scheiße? Äh, wo ist die Kiste unter uns? Schöne Spitzacke, die haben wieder. Alle sind schön zusammengesucht. Hat schon jemand ein Kill von unseren Jungs? Nope. Hätte mich auch gewundert. So, na, zack, 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 so. Hillstuff, wie immer, on fleek, aber werden wir jetzt eh nicht unbedingt brauchen. Ah, das gibt es ja immerhin hier. Das ist natürlich auch gut, aber ich will natürlich hier die 20er-Bomb voll machen. Scheiße. So. Wie küsst du? Oh Gott, ja. So, wir suchen uns jetzt unsere ersten Opfer. Ich hoffe, es wird machbar sein. Pumpkin. Pumpkin ist nicht da, aber... Ja, mindestens. So. Uh, geil. Come on. Vielleicht ein Pumpkin? Ja, ist ein Pumpkin tatsächlich. So. Ach, hinter uns schießt ja. Geil. Warte, wir haben hier einen Freund gefunden. Kann uns hier... Ja, Kills. Oh Gott. Hallo auf der Fahnda. Sorkil number one is hier. Oh, mein Gott. Der Steht! Der Steht mit dem fucking Hill! Du Wichser, Bro. So, ein nächster Kill ist da. Mann, Killstealer. Nein. Ich habe gesagt, Hector ist mühsam und ich wusste, Hector ist mühsam. No Front oder so, aber ich wusste es irgendwie. Aber unser Auto hätte ich gern zurückgehen. Was ist das denn überhaupt für eine Waffe? Ein Maschinenpistole, okay. Gut zu wissen? Gut zu wissen? Er heißt ja gar nicht, Hector. Doch, Hector 0-9. Ich höre ja nichts, aber meine Teamkollegen sind gut, glaube ich. Mehr oder weniger. Vielleicht schaffen wir es ja, together einen epischen Sieg zu holen. Aber ich glaube, J... Oh mein Gott, wo denn noch überall? J-960er, glaube ich, ist kein Anfänger. Aber wie er schießt, ist er schon ein bisschen Anfänger. Egal. Ich helfe ihm mal. Einer ist gegangen. Jetzt, Mann. Der nächste ist weg. Gut, weiter geht's. Nein, da ist einer gestorben. Hector. Ich helfe nicht auf. Ich bin als Kameradenspender. Spaß, aber ich habe keinen Bock. Der ist irgendwie affig wie die Höhle. Lassen wir ihn mal. Kannst du mal einen Berg? Wie soll ich da raufkommen? Okay, das ist wirklich nur der Baum. Boah, der Sound, die Qualität ist wirklich ein Traum von dem Game. Also diese Sound-Quality ist ein Wow. Oh mein Gott, nichts getroffen. Bitte, diese Waffe braucht drei Stunden. Oh, wie hat's denn da hoffig geschafft? So, weg mit dem. Okay. Da liegt was Lila-Nes. So, Level aufgestiegen. Yes, meine Lieben. So, neun Kills haben wir schon. 20 Voltig. Dann wird ein bisschen schwierig. Ah, hier kommt man rauf. Also es ist ganz simpel. Boah, der geht's weiter, aber Halleluja. Den 21 Kills, Leute. J, der 69er. Ich sage euch, der ist fake. Das ist ein Fake-Profil. Aber ich habe ja auch eins. Also ich brauche den nicht beschweren. Vielleicht in diesem Kaff hier. Ich habe jetzt nichts, als ob hier ein Fett wäre. Mann, ist doch das so kacke. Egal, ich gehe mit dem Fuß weiter. Xing-Jang-Jong. So. Gut, wir gehen mal in die Sound. Ist hier irgendwo jemand? Nein. 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 Und man. Und man. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie mein aktuelles Wetter hier. Bei uns schneit es auch ein bisschen. Ist auch schön. Aber leider, wie gewonnen zu zerronnen. Quasi. Jetzt wäre ein Bounce-Pet oder irgendwas ganz geil. Ha, tatsächlich. Gut. Milken. So. Ist hier irgendwo jemand. Rechts. Jetzt, da schießen ein paar. Da gehen wir mal hin. Wo Palawa ist, müssen wir eigentlich hin, um die 20 Kills voll zu kriegen. Aktuell ist es nicht schwer, die Gegner zu umbringen, also zu killen, sondern eher schwer, die Gegner überhaupt mal zu finden. Aber da vorne wird geschossen. Wilde Schießerei. Das Problem ist halt, wie weit unten. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon, aber mit der Entfernung wird das vermutlich eh nichts werden, oder? Das sage ich ja. Die neuen Waffen sind abgrundtiefer, rotz für Entfernung. Und dann gehen wir mal hier. Katana. Vielleicht ist die Waffe besser. Die verheben ja noch mehr wie die andere. Nein, das kannst du vergessen. Nein, Mann. Du kleiner Wichser, Mann. Auch da oben. Kannst du nicht bei einem Teamkollegen aufhelfen, bro? Ich will mehr Kills. Hilf deinen fucking Teamkollegen auf. Kleiner, kleiner Go, Mann. Ah, da ist er. Und die fahrs besser wie der, ja. Na, genau, moin. Das ist gleich ein Team weg und bye, bye. Bitte mit Visier. Ja, immerhin mit Visier. Das läuft bis jetzt einmal wie am Schnürchen hier. Pumpkin Moon wäre cool. Haben wir. Ja, haben wir. Leute, ich wusste es, dass das wirklich mega Bock macht. Keine Lust ist zu spielen, macht halt wirklich immer Bock. Und da unten schießt wieder jemand. Aber sieben Kills unter 29 Jungs, das wird schwer werden. Oder unter 26 quasi sogar. Nein, ich will ihn killen. Das ist ja gar nicht echt. Oh mein Gott. Ja, Junge. Ja, ich verschwende meine Zeit nicht. Ich mag das Katana nicht. Das bringt mir absolut gar nichts, wenn ich da jetzt meine Zeit verschwende. Ja. Schieß mir, warum? Ich habe keinen Bock auf das. Das macht für mich gar keinen Sinn. Mann, ich will denen nicht helfen. Das ist so mühsam. Gut, da hinten ist der echte Gegner. Ich sage es, dieser Jay hat genauso einen Fake gekonnt, wie ich. Nein. Kurva, du Wichser. Hector lebt noch? Das ist so ein Wunder. Bitte, wo sind die Gegner? Die Bots fighten da, als ob es keinen Morgen gibt. Halleluja. Der vermutlich größte Fight im Game. Ja, da vorne ist ein Gegner. Mann, sind die mühsam. Ich muss gucken, dass die ganzen Waffen nachgeladen sind, sonst stehen die mir jeden Kill. Schlimmer wie Polen. No Front. Das könnte meine große Chance sein, noch ein paar Kills abzubekommen. Dann schießen sie ganz hinten, Mann. Yes. Come on, next up. Yes. Come on. Oh, that's the aim. Come on, da ist noch einer. Nein, das muss ich mal anladen. Peter Griffin. So, hack den Brie. Ja, zwei Kills noch. Leute, ich glaube, das ist possible. Das ist tatsächlich, da hinten schießt noch jemand. Zack, da gehen wir jetzt hin. Dieser Jay, 79er. Ich brauche nur zwei Kills, Jay. Ich befürchte irgendwie, dass ich die nicht bekomme. Hier ist einer noch. Nein. Nein. Ich habe keinen Herdschuss mehr. Vier Jungs leben noch. Wir sind zu drüben. Das bedeutet, wir haben unsere 20er-Bomb voll. Ein Kill. Rechts. Alle draußen gestorben. Epischer Siegel, Leute. Yes. Und unsere 20 Kills voll. Macht das Abo auch weg. Und schaut gerne auf Instagram auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.